Guten Morgen liebe Leute, hier vom Kraftwerk Altenwirt an der Donau. Ich habe quasi ein Lost Place erwählt als meine Übernachtung heute. Und da einige sicherlich fragen, wie ich übernachte, zeige ich kurz mal hier einen Blick auf mein Setup. Das ist eine Baumarktplane, am Ende zusammengenäht. Danke für den Tipp von Joe. Darin spanne ich einen Bogenzweig und auf die Art und Weise hat man wirklich schönen Windschutz. Selbst suche ich aber so einen Platz aus, wo Windschutz ist. Weil nämlich die Plane sonst zu arg flattert. Auch heute Nacht hat so von vier bis sechs ein bisschen geregnet. Und dann kann ich diesen Zweig, den ich hochgesteckt habe, kann ich dann einfach abnehmen und zumachen. Und die untere Kante kann man dann einfach nach innen hochkrempeln, sodass die ganze Regen nach außen abläuft. Es entsteht aber bei einem Grad plus, was wir jetzt haben, doch beträchtlich an Kondenswasser. So, dass ich gleich also den Schlafsack und die Folie des Baumarktplane erst mal während des Frühstücks zum trockenen aufhänge und im Mittag nochmal. Okay, heute ist der achte Tag. Ziel ist Wien. Oder hinter Wien, Heimburg da in der Nähe. Beim Carlos für ein Käffchen vielleicht. Auf Wiedersehen.